hallo leute hier das fünfte video unserer mini gurken ich denke das wird auch das letzte sein in diesem jahr weil sie nicht mehr wächst ich habe auch gedüngt aber da ist nichts mehr passiert sie wird auch gelb ich denke dass es morgens jetzt schon zu kalt ist und da sind zwar noch gurken dran wie man sieht auch schöne wirklich schön aber ich denke aus denen werde ich mir gurkensamen holen so dass es nächstes jahr wieder ein gurken video geben wird beziehungsweise auch gurken für uns weil sie wirklich sehr sehr lecker sind es sind zwar immer noch blüten dran teilweise aber die pflanze an sich wächst nicht mehr da ist kein wachstum mehr zu sehen wenn man sieht innerhalb vorher innerhalb von keine ahnung 123 tagen wie viel die gewachsen ist und was jetzt noch passiert ist das erschreckend wenig nächstes jahr wieder